Die schwangere Aurora Ramazzotti setzt ihr neues Accessoire gekonnt in Szene. Die Tochter von Michelle Hunziker erwartet ihr erstes Kind. Lange ist keine große Rundung in ihrer Körpermitte zu sehen. Bis jetzt. Superstolz präsentiert die 25-Jährige endlich ihren niedlichen Babybauch. Zuletzt besucht sie mit ihrem Partner Goffredo Czerza ein Event. Und ihr hautenges schwarzes Kleid betont ihre Kugel perfekt. Schon wenige Tage zuvor zeigt sie sich in einem Bikini im Netz. Auch auf dem Bild erkennt man bereits eine deutliche Wölbung. Die Beauty wirkt auf ihren aktuellen Aufnahmen total gelassen und vor allem ausgeglichen. Aurora scheint diese aufregende Zeit in vollen Zügen zu genießen.